Dann einmal bei diesem herrlichen Event. Ich glaube, du warst schon einmal beim Liveball, oder? Genau, ich war 2013 schon einmal. Ja, ist natürlich eine ganz andere Welt wie der Spitzensport, aber auch sehr schön. Und unter dem Motto Sound of Music, glaube ich, können wir Sportler auch sehr viel damit anfangen. Emotionen sich heiß machen, fahren, Wettkampf und auch das Leben zu zelebrieren ist, was ganz schön ist, nicht immer nur funktionieren. Und deswegen ist das ein gelungenes Event und ich bin gespannt drauf. Der Film Sound of Music ist in Österreich eigentlich den wenigsten bekannt. Hast du den gesehen vorher oder hast du ihn dir jetzt angeschaut? Nein, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn auch noch nie gesehen, aber ich werde es machen. Jetzt ist ja die Anna Gasser heute hier auch dabei, ist vielleicht in den nächsten Jahren auch damit zu rechnen, dass noch mehr Spitzensportler aus dem Skibereich oder generell aus dem Sportbereich auch diesen wichtigen Ball unterstützen, da ja das ein Thema ist, bei dem man viele Menschen ansprechen möchte. Natürlich, ich glaube, das muss jeder für sich selber bestimmen, wo er dabei sein will. Ich finde, das ist ein sehr schönes und gutes Event, was auch zeitgemäß ist und ja, es ist ja einfach einmal ein Fun Day für uns, einmal komplett was anderes zu sehen. Und ja, ein cooles Outfit, was repräsentiert das? Ja, das Leben. Ja, das Leben. Vielen Dank.